Der Weg eines Beschwörers ist voller schwerer Entscheidungen. Zuerst war da Kael und dies war dein Weg. Du bist ein legendärer Beschwörer. Diese Champions hast du am häufigsten verwendet. Du hast die Dungeons erobert. Du bist ein legendärer Beschwörer. Du hast viele Schätze eingefordert. Du bist eine Legende in der Arena. Du hast den Dämonenlord vernichtet. Und du hast die Jüdra niedergeschlagen. Du hast es schon weit gebracht. Doch es ist noch nicht vorbei. Setze deinen Weg fort. Ruhm und Reichtum warten. Ruhm und Reichtum. Ruhm und Reichtum. Untertitelung des ZDF, 2020